Die Bayerische Akademie für Außenwirtschaft t.v. mit Sitz in München wurde 1989 als private Berufsakademie und staatlich anerkannte Berufsfachschule zur Ausbildung von hochqualifizierten, Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften für die internationale Berufswelt gegründet. Die Bayerische Akademie für Außenwirtschaft ist eine UNESCO-Projektschule. Es besteht eine Verwaltungskooperation der Bayerischen Akademie für Außenwirtschaft und der Didakt-Kfm-Berufsbildungsgesellschaft mit Sitz in der Elsenheimer Straße. Die Kernkompetenzen der Bayerischen Akademie für Außenwirtschaft sind internationale Betriebswirtschaft, Finanzdienstleistung, Logistik, Verkehrswirtschaft sowie Facility Management. Es werden Vollzeitstudiengänge sowie berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen für Erwachsene angeboten. Die BAA mit ihrer kooperierenden staatlich anerkannten Berufsfachschule bildet insbesondere staatlich geprüfte internationale Wirtschaftsfachleute aus und bietet hierzu als Abschluss auch den Bachelor an. Zugangsvoraussetzung ist die Hochschul- oder Fachhochschulreife. Für Schulabgänger mit der mittleren Reife werden staatlich geprüfte Euromanagement-Assistenten ausgebildet. Für Akademiker wird ein Aufbaustudium zum Betriebswirt für internationale Wirtschaft wie auch verschiedene kaufmännische Fortbildungen angeboten und durchgeführt. Konzerne wie BMW, EADS, VW, Wacker und Audi haben in ihre innerbetriebliche Ausbildung die Lehrpläne der Bayerischen Akademie für Außenwirtschaft integriert bzw. fördern ihre Mitarbeiter zur Teilnahme an den BAA-Examiner.